Hallöchen zu einem kurzen Video. Und zwar geht es darum, als die Kettenspanner geschweißt wurden, weil das Gewinde da drin rund war, hat es die Dichtung weggebrutzelt. So eine Dichtung, A nicht da, B keinen Bock zu bestellen. Also haben wir gedacht, könnte um ein Dichtungsmittel gehen. Wenn ihr das Kettenrad aufschraubt, stellt ein Gefäß unten drunter. Da läuft das ganze Öl dann raus. Also ihr solltet dann auch Öl da haben, um das wieder nachzufüllen. Aber ansonsten muss ich sagen, wir haben es dann mit Dichtmittel abgedichtet. Das ist jetzt, ja gut, anderthalb Jahre drauf. Und das ist also, das sitzt. Da kommt kein Tropfen Öl raus, gar nichts. Also das Geld für eine Dichtung kann man sich sparen. Tja, mit Quatttreffen dieses Jahr, hm, ich würde sagen, sieht's mal aus. Großveranstaltungen sind abgesagt. Bis Oktober. Also kann man das alles wohl, glaube ich, vergessen. Naja, ich wünsche euch eine gute Zeit und bleibt gesund. Tschö.